Christian, ich habe über Salzburg und sowas geredet. Ja, was hat er gemeint? Krass, er will ziemlich viele Leute. Er braucht vier Leute im Datenmanagement und er braucht fünf Kameramänner. Okay. Für mich hier wird es, das sind vier Arbeitstage, ein Arbeitstag, Anreise, wo wir schon früh da sein müssen, um das ganze Set-up zu machen, was willst du rausgehen? Vier Tage? Du? Ja, sag mal. Also wie viele Stunden am Tag Arbeit? Zwischen sechs und acht. Achtmal? Minimum 900 Euro. Minimum 900 Euro. Ja. Also er hat gesagt, 150 Euro pro Person am Tag. Dann wären wir bei... 650. 650. Nee, nee, nee. Nee, 600. Vier mal 150 sind 600. Nee, sind fünf Arbeitstage. Achso. Zehnter ist ein Arbeitstag, Set-up kostet ihm was. Kein leid. 650 plus Anreise und so'n Scheiß. Ja, ja, Anreise ist weg. Und Verpflegung und alles ist auch drin. Ja gut, dann sind es ja insgesamt ungefähr 1000. Wie meinst du? Also ich würde sagen, eins, zwei brutto. Mit allem drum und dran. Ja, aber das seien wir ja nicht. Ich lass mich einfliegen? Oder ich lass mich einfliegen? Ja, ja, natürlich. Scheiß, guck mal, jetzt hab ich das Zelt schon wieder im Bild. Zum Glück war's Ende.